Na hallo zusammen, hier ist die Deutsche Land, ich bin dafür, ich bin Shatterlands unterwegs und zwar durch euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partys in Kisten öffnen und dazu habe ich hier mit dem Warrior schon ein paar gesammelt. Und ja, ihr seht, wir haben insgesamt 22 Kisten im Moment, 20 wollen wir heute einmal öffnen und viele Items sind es tatsächlich beim Warrior gar nicht mehr. Ich brauche noch die Schultern, dann sind es einmal Beine, Hände und ein Schild. Komischerweise, ja gut, ich habe hier auf Waffen stehen, jetzt stellen wir den mal um auf Schutz wieder. Ich dachte eigentlich, dass ich quasi das Schild relativ viel kriege, weil normalerweise sind meine ganzen Warriors immer auf Prot bzw. auf Schutz und dementsprechend kriege ich das eigentlich am frühesten, aber diesmal habe ich irgendwie die anderen Waffen bekommen und nicht das Schutzding. Jetzt schauen wir mal, ob wir da die Sachen noch rauskriegen. Also, als erstes haben wir, okay, da haben wir noch eine Zweihandachs, perfekt. Einen Ring, den brauchen wir leider nicht. Ah, here we go, da haben wir das Schild schon mal. Dann noch die Hände vielleicht. Die Brust, die brauche ich nicht. Einen Trinker, das brauche ich auch nicht. Haben wir nochmal eine Waffe. Nochmal einen Ring. Nee, komm, Schuhe. Nee, Schuhe sind leider auch nicht dabei. Nochmal einen Ring. Okay, Handgelenke brauche ich auch nicht. Ja, komm, ich will nicht nur mehr Kisten farmen. Das Problem ist, ich habe ja das letzte Mal den anderen Warrior noch gehabt auf der Hordenseite. Bloß da sind blöderweise die Kisten verpackt. Ich habe alles probiert, auch neu einloggen. WoW komplett neu starten. Die sind leider nicht entpackt worden. Also, das fällt schon mal flach, die letzten Teile da noch rauszukriegen. Nochmal eine Waffe. Nochmal eine Waffe. Schuhe. Nee, die hatte ich schon. Umhang. Ja, die letzten Sachen zu kriegen, ist immer am beschissensten, ne? Nochmal eine Waffe. Nochmal eine Waffe. Oh boy, komm, gib mir doch einfach jetzt Schultern, Hände oder die Hose. Gürtel. Waffe. Das war eine ziemlich miese Ausbeute. Habe ich jetzt das Shirt gekriegt und die Schuhe, ne? Das war es, was ich bekommen habe. Ja, gut. Heißt, da müssen wir dann doch nochmal ein bisschen farmen. Ähm. Und ja, ich melde mich dann wieder, sobald ich wieder 20 Kisten zusammen habe. Verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.